Hallo Leute, kurzes Deal, die Avas letzte Folge geschehen ist. Ihr wisst ja, wir sind in der Vorproduktion für die Gamescom, deswegen die Folgen nicht so aufwendig bearbeitet oder irgendwelche Pre-Intros, nur das kurze Wort vorweg, wie immer. Deswegen, vergesst es nicht, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Dias gesucht, das Mr. Bord Riffeschwein war auch sehr erfolgreich, aber wenn ihr es sehen wollt, schaut euch die letzte Folge an, ansonsten viel Spaß bei der heutigen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Haro 3, immer noch mit im Mr. More Game. Hallo. Kommst du schon drauf? Ich bin drauf. Oh, ich komm auch. Nee. Oh, ich kann nicht drauf. Connection throtted tillit, please wait before reconnecting. Was? Ich hab kurz eine halbe Sekunde gewartet, jetzt funktioniert's. Hi Garth, du bist da. Hallo. Du hast gesagt, ich darf mir heute eine Hose machen. Schwimmt das? Ja, warte, genau. Bam. Pass auf, wir graben uns jetzt hier einfach irgendwo random entlang und gleich stoßen wir auf Zander und weiß, weiß. Ich hoffe es ja nicht. Ich überlege, ob ich gerade, aktuell überlege ich, ob ich jetzt ein bisschen geduckt weitermache, weil ich echt nicht möchte, dass sie uns sehen. Ja. Ich würde das irgendwie ungeil finden, Mann. Wo war denn der Zaubertisch? Haben wir einfach alles stehen gelassen, ja, ne? Ja. Yolo. Wo war denn das? Ich hab gar keine Ahnung, Alter. Da, wo du bist gerade? Ja, da in der Nähe. Da, ich baue gerade einen neuen Gang. Äh. Wir wollen natürlich noch mehr Dias finden. Wir sind ja jetzt hier im Dia-Rausch, ne? Ja, aber sowas von. Ich stehe da in der Arm, Mann. So, dann machen wir uns mal ganz kurz die Hose. Endlich bist du auch nicht mehr hosenlos. Ja. Oh, oh, ich benutze einfach das mit zwei Level. Vielleicht kriege ich hier ja Protection 2. Verdammt. Nein. Baue geradeaus und dann baue ich gleich wieder Gänge. Wie die Mickey Mouse. Moment, was? Oh. Magst du die Mickey Mouse? Yes. Geil. Haben wir ja was gemeinsam, ey. So, ich habe jetzt eine Pro 2 Dia-Chessplate. Du bist ja gerade ein richtiger Gangster. Muss ich ja ehrlich sagen. Ähm. Ich hätte auch ein Protection 1 Buch für dich. Wenn du auch eine Pro 2 Busbrett haben willst. Oder soll ich das leider von den Hosen packen? Mach erstmal du. Kannst ruhig du benutzen. Okay. Ich bin da jetzt nicht irgendwie geistig oder so, ne? Ja, da. Ja, guck mal, da bist du. Ja, ich will das Red Storm, weil das Level gibt. Das stimmt allerdings. Meine Spitzsack ist schon bei kaputt. Meiner auch und das macht mich traurig. Das glaubt schon wieder alles, Mr. Bauer. Ich hoffe, ich bin so sehr. Denn wir bauen Minengänge und hoffen auf Diamant Höhen. Ist schon mal ein schlechtes Zeichen, dass du bis jetzt noch keine gefunden hast. Ja. Das war mit unserem... Ja? Ich hab grad da mal gesetzt, dass ich das nicht verkehle. Ja, gut. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Hab ich gesagt? Ja, gut. Pass auf, Digga. Möchte nicht, dass du stirbst. Oh, ich hab wieder Dias gefunden. Ach, heißt off. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh, Mann. Du weißt, dass das für 10 Frames in den Chat-Zoom nicht okay ist, ne? Ach, ja. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Mann, ich will auch ein wenig filmen. So, ich brauche erstmal dein neuer Dings, ey. Hier, dann mach jetzt gleich schon mal deinen Helm. Ey, gute Idee. Du bist richtig intelligent. Dankeschön. Ich renne grad zurück, Mann. Ich renne, ich renne. Und... Helm. Den würde ich gerne noch verzaubern. So. Lapiz. Und Schutz 1. Karboom. Komm, wie sieht's aus? Jetzt geben wir mal Diamanten hier. Du musst mal nachmachen hier. Ich weiß nicht, ich find hier Dias. Und was machst du? Ich so geht. Nichts Produktives, ey. Ich find ich echt scheiße von dir. Nein, okay. Und jetzt? Leu. Das ist ne Höhle, wo irgendwo Koppis drum gesetzt wurde. Ja, vielleicht waren da ja schon irgendwelche Leute schon mal dran, geht auch so. Ja, aber hier waren definitiv schon Leute. Weißt du, wie das hier aussieht? Wie ne Höhle? Ah, ah. Ähm. Ich glaub, das ist die Höhle, in der... Weiß, Weiß und Sandler Spark getötet haben. Hab'n Pusch gemacht. Hab'n Pusch gemacht? Ja. Warum Pusch to das? Wo ist das, das hier? Ne, da oben ist Lava. Ah, ne, keine Arme. Na, ne, drudem aber immer zwischendrin zu achten, dass wir irgendwie schon keine Namen sehen oder so. Ja. Und farm bitte mehr Dias. ich versuch es warum macht er immer push das aufhören du machst den push man aber ich weiß nicht mit was ich drück gar nichts die passieren einfach oder was ja weil ich hättet irgendeine tasse gekommen ist das du ja stimmt ne ja wo bist du denn hinter dir irgendwo ich sneaker ja ich sneaker nicht mann bin voll bad bad bye bad boys ah jetzt hab ich wieder in uns trip eingang von uns gefunden ja mal hier ist unser zeug okay ja jetzt darum bringt level ach komm wir werden doch jetzt obwohl wir sind noch gar nicht so lange in game können sogar noch was wer mit full dia diese folge ich hoffe man hat uns das glück jetzt verlassen nie so mehr in der nächsten folge nein ok ich hab jetzt einmal ideas gefunden bis jetzt hallo hi selbst so typisch du brauchst dich jetzt gleich irgendwo so rechts in die wand rein hab die ideas gefunden hey ich hab jetzt schon in zwei folgen richtig viele gefunden ja ja leute davor mal eine scheibe ab du komm gleich ist es soweit jeden moment wir sind zwei leute komm schon ich sehe jetzt schon die kommentare vor mir ihr müsst so und so meinen dann ist das wieder effizienter wenn ihr da und da einen block abbaut dann sind die ideas ich höre dich da hinten ja ich brauche hinter dir immer ab und zu mal äh dings in die gänge meine spitzsack hat sich von mir verabschiedet bekommt von mir auf jeden fall big dislike den flop der woche so viel reds down dass ich nicht mitnehmen kann weil mein mental voll ist aber ich will auch nur die level ach das gibt's doch nicht am ende von varro lad ich mir die map hier einfach runter und dann guck ich wo ich gebaut hab bestimmt die ganze zeit einen block am diamanten vorbei naja ist lapitz lapitz nehm ich mit kannst du mal wieder die ausfüllen netz mich nicht nur acht stück komm wo wir nicht zu viel verlangen ich hätte gehen noch drei dann hast du schuhe naja dann hab ich wohl dir ja nice ah wir wollen ja auch noch drei ideas man la 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 so ich geh jetzt nur zwei blöcke tiefer vielleicht ist da ja meine höhe ach vielleicht auch gar keine höhe ach ich fall grad aus der welt warum hast du mir das nicht früher gesagt das wäre lustig alter ich lebe hier schon ein bisschen gefährlich ne was machst du denn lava angraben ja auch lava anzugraben und zu baggern und zu baggern wir machen dass irgendwer kommt keine ahnung warum es sind nur eisen und redstone diamanten ich hab wieder diamanten gefunden digger ach lava noch nicht 1 2 3 4 5 6 achja komm nenn mich doch mal bitte goldi oder so irgendwas man guck was ich mache für uns ist doch unfair ich will auch welche finden du findest einfach keine was so jetzt hab ich voll dia digger ich hab noch 3 ideas über ok vielleicht find ich auch nochmal welche irgendwann ich find das so lustig glaub ich geh die verzaubern so meine schuhe dann hab ich voll protection ähm deer rüstung so 3 ideas hab ich über das heißt du bist auch sehr nah dran an full idea jetzt brauch ich noch 5 stück ne oder 3 für den helm 1 für dings und 5 für helm stimmt also 6 stück verdammt kriegen wir schon hin ich kann nur federfall schusssicherheit oder dings ich glaub ich nehm federfall ne 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 nehm schusssicher ja ja also ich mein ja sogar schusssicherheit 2 ja oh das ist geil also ich mein das finden ja immer eigentlich bogenkämpfe statt ja das stimmt größtenteils deswegen war es auch ein bisschen doof die rüstung von so die rüstung von links zu verbrennen na ich bin jetzt full dia digger nice na ich find schon noch nach dir man keine angst na ich hoffe oh ich höre lava ich muss erst mal wieder zurückfinden von dieser komischen hüde die diamanten habe ich noch nicht gefunden wieder aber würde ich gerne finden denn das wäre her schön warum ist cast so fröhlich so fröhlich also wenn es um lava geht dann frag mich einfach finde ich gerne für dich und hier ist lava bei mir erinnern ja ich höre es zumindest lalalalalala lalalala oh eisen 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 popeisen oh man oh das ist deprimierend ich mach die einfach nachher in der nachbearbeitung mach ich einfach so mit after effects diamanten rein ja mach das und dann du hast diamanten übersehen und ich gehe dann vor mich hin ok kurzer moment des schockes wie ich gerade eben schnell ein bisschen in lava geschwommen bin ich lol er hat spaß gemacht du darfst nicht immer so leise sein du musst dann schreien hilf mir hilf mir ich bin der lava er hat sich eben wieder gelöscht man ich weiß auch nicht warum die leute immer so panik haben wenn sie eben mit lava plumpsen einfach löschen und jut ist die sache kann man als print benutzen ja diaz hallo hast du gefunden? ne ich such noch hier ist nur ne blöde höhle man oder hätten sie überall Dings heißt das da war schon mal jemand was ist da? obsidian ja ich war vorhin in so ne Höhle und hab da ein bisschen Eimer ausgekippt könnte sein dass du da gerade bist ach da ist Wasser ok ich geh wieder zurück in meinen Minigang oh ich hab nen diamantenklipp die erst gefunden yeah ehrlich eins zwei drei vier ja ach das stimmt doch nicht doch ich hab sieben Dias jetzt im Inventar willst du die haben? ja wo bist du? ich bin grad in der Schlucht wie du bist in der Schlucht? ich hab hier ne Schlucht gefunden ja komm wieder berg digger komm äh wer find ich hier Dias? ja aber ich hab ja für dich schon sieben aber reicht das schon? ne fast wer zander ist da? okay ich versuch mal zurück zu finden ja oder ich guck noch kurz ob ich hier noch nen Dias finde ja so Zeit ist halt gleich um ne ja das stimmt ja ich versuch's einfach mal ich glaub sogar nicht dass ich zurück finde aber weiß ich es tue bin ich gleich da la 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 na 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 ich bin ein Diamantin na Tritratolala 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 wer braucht schon nen Trüffelschwein, wenn man Mr. Morat? ich bin besser als jedes Trüffelschwein Mann ok, wo ging ich jetzt hier entlang? ach gottchen soll ich dir irgendwas bauen einfach schonmal von den Sachen? was willst du haben? Helm? Helm ja Bau schneller ich hab meinen Helm gebaut ist aber ich finde ja nicht mehr zurück auch schon schutz drauf verzaubert nicht der name irgendwo nein nein zander ist hier aber ich habe jetzt zurückgefunden wenigstens noch schnell ich habe den helm dahin geworfen ohne den mal in der hand die fehlen da nur noch die schuhe ich habe auch schon mit schutz verzaubert okay das ist gut dann sind wir fast also die fehlen noch die schuhe dann bist du auch voll dir genau wie ich wir haben zwei folgen ja ich weiß gar nicht was die leute so für probleme haben diamanten zu finden zwei folgen voll dir ich weiß nicht was das ist das problem okay bis zur nächsten folge